Und jetzt haben wir, jetzt hast du wieder Flavor abgedeckt, wir haben jetzt Cranberry-Sauch und Ananas-Sauch. Siehst du diese Schattierung da? Schlecht, aber ja, hier, ne? Genau, die Schattierung. Und dann Ananas-Kummer-Kuppeln, bleibst du drunter, ja? Aha, mit beiden. Mit beiden, ja. Immer abstellen erstmal, am Anfang. Sehr gut, das reicht jetzt schon. Hm? Das ist mein Fall. Wer hat jetzt schon geblickt mit dem Mai Tai? Was ist? Und jetzt? So. Doch, kein Frank. Das ist doch ein Frank. Deins kommt auf Facebook. Auf Facebook? Nein. Der Chef. Und dann, die Minze kommt rein. Und die Schmitterminze. Ja. 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 Ja.